Blauer Elefant Ui, Toro Boah, rasend schnell Fumi Tod, Tod, Tod Ich glaube, Fumi haut ab Okay, das ist tot Mann, Mann, Mann Machen die Schadene Krass Haul, ich muss nicht gegen allzu viele Von den Flächen kämpfen Oh, mein kleines Fumi Äh, ne Wie ich es hasse Weg die mal ein Stück weg hier Mist Fucken. Was muss man so machen? Äh. Nein! Fail. So, nochmal. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um das sie fangen zu können. Anders haut er immer ab. So was haben wir hier. Hehehe. Witzig. Kackstacheln. Jo. Arnturm. Erster Stockwerk. Erster Stockwerk. Witzig. Witzig. Nein. Mist. Ach, du Heiliger. Die Seidelaufersessen sind für mich zu töten. Witzig. 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 N-Modeg. T-Tot, tot, tot. Ja. Hehehe. NEIN. Ihr Mistviecher. Hätte es doch noch angegriffen. Hm, das war die Rache dafür. Schnelly! Ja, he. Dann nehmen wir Funke. Dann hat der gar nichts der Typ. Mein Gefluss, ey. Nach dem Ding, wenn man die ganze Zauberraum erst mal einkaufen gehen, shoppen gehen... ... das ist mein Zauberhol. Das ist mein Zauberhol. Das ist mein Zauberhol. Das ist mein Zaubercompanyen. Hatsche! Hatsche! Aua! Nicht mich. Wieso macht er so viele Schaden? Da, damma. Schnau. Schönen, schönen! Der Traum sieht ziemlich groß aus. Was haben wir da hinten? Irgendwas Brüchiges. Äh... Hehehehe. Verdammt! Auf den Stacheln könnte man Dingens gar nicht machen, D oder so drücken. Für die Kette. Ey. Wer hilft? Vielleicht noch was? Aua! 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 Kapfen muss, kapfen muss! Toad! 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 Hatte dir hält mein gar nichts hier. Hehehe Ich glaube, das geht nicht Ging es alleine Ähm, na ja Wurde auch nicht Irgendjemand wurde aufgeschöpft Okay Lass uns nicht verwirren, die richtige Tür sieht aus wie sie zuvor Du kannst dich nicht irren Wenn du mal hättest ich einen Stein traf, bin ich hinterher gekommen Wo ist wohl die echte Tür? Wie er mich anguckt Ist doch nicht dein Ernst, Alter Genau bei vier Leuten, ey So ein Krieg Ähm Ist wirklich Ja, ja Sie sind schon nicht leicht Sie hat was gegen die ganz lechten Die Kau ist cool Die Kau wird über uns viel ab Tot Oh, kopflos Weggepont, mein Fumni So, der kriegt ihren Der kriegt ihren Verdammt Das hat gehangen Mir wäre irgendwie irgendwann mal aufgefallen, wie man hier nicht durchlaufen kann Aber na ja Nee, nee, komm ein Stück her Oder so Wie wird das denn? Wie wird das denn? Das hat eine Ich bin von dem Ich bin von dem Hopflos 173 Schaden für so eine Zauberattacke. Schaut mich eh wieder an. Das sind so Kackviecher. Aber hallo, ey. Sind die wasserscheu? Erde. Machen wir mal. Kann nicht mehr Schaden. Hehehe. Fumi ist genial. Na, sei denn noch nicht tot. Die Kamera wird schon wieder aufgeschlupft. Die Kamera wird schon wieder aufgeschlupft. Taro. Aua. 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 Machen da doch alle ziemlich schaden. Es ist doof ohne Healer. Ohne guten Healer. Kopf dran. Bist du wirklich nach jedem schweren Kampf? Stark einsetzen. Das ist ein Drecksvieh. Hehehe. Kacken gehen, Alter. Ist doch nicht zu fassen. Das ist ja gar cool. Hehehe. Stimmt. Aber wie sie mich immer angucken, wenn sie zu viert sind. Aber wie sie mich immer angucken, wenn sie zu viert sind. Hehehe. 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 Gutes Kankunst. Jeder ist nur die Gefahr. Du bist zu viert. Was ist das mit der anlaufen? Hast du denusement zwischen den Wiemens driver zu sein? Ich spiele auch auf ein Kapitel derGrinder vor. Kommen hierher Hoppla, ne, ich wollte genau die andere Seite Ähm... Verzüchte auf einmal doch Ach, was soll's Ich würd dir gern allen ausweichen Ihr wollt bestimmt, dass ich gegen die Jena kämpfe Abwehr Komm, ich mach mehr Abwehr Ich hatte sie Toll Okay So Okay Okay Muskelrein Zwanzig hoch, zwanzig runter. Noter-König. Fünf runter und zehn, aber leider auch nicht. Kopf noch aus! Boah, Hammer! Fumi, ich liebe dich! Das ist kein Schadenkast hier, ne? Komm! Na, wie ist aber zweit?